Moin Leute, wir bekommen eine neue GNGX-Webseite. Karl unterstützt uns da, hat gesagt, ich baue da nochmal eine richtig gute Webseite. Wir hatten ja vorher nur so ein WordPress zusammengeklickt und jetzt gibt es nochmal eine Seite vom Profi. Wollen wir da mal kurz eben reinschauen? Hier die Startseite. Jetzt nochmal runter eben. Die Speaker hier vor allen Dingen, das sieht jetzt auch viel, viel besser aus. Ja, und das wird in ein paar Tagen online gehen, da freue ich mich schon drauf. Wie viele Webseiten hast du jetzt eigentlich insgesamt schon gebaut? Das waren bestimmt schon ein paar Hundert, oder? Nee, nicht ganz so viele, aber so 30 bis 40. Ach so, ja. Aber davon sind auch einige etwas größer. Ja, und das geilste Projekt war natürlich die GNGX-Webseite. Natürlich. Kann man so sagen, oder? Ja, klar. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und wenn noch jemand Bock hat, uns zu unterstützen, dann immer melden. Wir werden noch eine Menge Leute gebrauchen können, die da das Ganze vorhaben. GNGX, 10. November, die ganze Stadt Bremen rocken. Da werden wir noch eine Menge Leute gebrauchen können. Vor allen Dingen auch, um an der Uni nochmal richtig Action zu machen. Wenn da Leute von euch Bock haben oder auch studieren an der Uni Bremen oder Oldenburg, dann meldet euch doch mal, denn da werden wir auf dem Campus nochmal richtig Action machen mit ein paar ziemlich geilen Aktionen. Ja, ich bin sehr Dank. Untertitelung. BR 2018